Und sie nehmen langsam hart auf. Und sie werden schneller. Und jetzt geht es noch 2-mal Anstattung. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Alles nix, trauen wir die Wolke und die nächste Aufnahme. Und auf dieser Aufgabe gemeint seit 170 Sekunden, da sind wir zur Zeit. Also nochmal richtig Gas geben, nochmal an die Gartenbeuer und Eisenmann Chardon. Und nochmal richtig Züge, der Schreber, das letzte Internet. Wow! 188,33 Sekunden, Eisenmann Chardon wird seinem Gespannen.